Willkommen zu Europa im Dialog. Europa ist wie ein Fahrrad. Steht es still, fällt es um. Zu diesem Resümee kommen Martin Sellmeier, der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und Paul Schmidt, der Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Und Paul Schmidt ist heute mein Gesprächsgast, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Danke für die Einladung. Ja, Sie haben ein spannendes Projekt, nämlich eine EU-Tour, eine Bürgertour, Begegnungstour durch Österreich mit dem Fahrrad, zusammen mit Martin Sellmeier. Und ich habe eine Aussage von Ihnen aufgegriffen. Was ist dieses Projekt? Was machen Sie da? Naja, am 9. Mai dieses Jahres war nicht nur Europatag, sondern es hat auch die Konferenz zur Zukunft Europas begonnen. Das heißt, nach zehn, elf Jahren, wo es eigentlich keine großartige Veränderung innerhalb der Europäischen Union gegeben hat, hat man sich jetzt vorgenommen, über die nächsten zwölf Monate darüber zu reden, welche Lehren man aus der Pandemie ziehen kann, wie man Europa weiterentwickeln soll, in welche Richtung diese Integrationsreise gehen soll. Und wir haben uns, Martin Sellmeier und ich, wir haben uns gemeinsam überlegt, was könnte unser Beitrag sein. Und ein Projekt, das wir gestartet haben, ist diese EU-Zukunftstour durch Österreich. Das heißt, gerade nach der Pandemie, wo es 18 Monate gesellschaftlichen Stillstand gegeben hat, wo man nicht diesen direkten Kontakt gehabt hat, sondern vor allem digital oder per Telefon irgendwie in Kontakt war, suchen wir dieses Gespräch, dieses entschleunigte Gespräch vor Ort. Also wir wollen uns wirklich Zeit nehmen. Wir wollen in jedes Bundesland reisen und nicht nur in der Früh hin und am Abend zurück, sondern wir wollen drei, vier Tage dort bleiben, um über die Zukunft Europas zu reden, um zuzuhören und um Ideen mitzunehmen und um auch die Kritik besser zu verstehen und die Einordnung und die Wünsche kennenzulernen. Ganz zufällig die Leute, die sich auf der Straße treffen oder wie ist das angelegt? Naja, wir machen das so, wir fahren mit der Bahn, wir sind mit dem Rad unterwegs oder zu Fuß unterwegs, klimafreundlich, vor allem mit dem Fahrrad unterwegs. Und da trifft man schon allein im Zug oder beim Fahrradfahren oder bei den Pausen eine Menge Leute. Aber wir waren bisher auf offizieller Tour in Tirol und in der Steiermark. Wir sind nach Innsbruck mit dem Zug gefahren. Wir haben dort die ganzen Termine mit dem Rad gemacht. Wir haben Lehrer getroffen. Wir haben Studenten getroffen. Wir waren am Marktplatz, haben dort beim Eisgeschäft diskutiert. Wir waren natürlich in der Landesregierung, bei Medien. Wir waren aber in Tirol auch. Wir sind dann von Innsbruck nach Schwarz mit dem Rad gefahren. Schwarz, Bezirk Schwarz. Ja, ein Bezirk, wo gerade diese Pandemie so virulent war mit der südafrikanischen Variante. Und wo die europäische Ebene gemeinsam mit dem Land Tirol eine Durchimpfung, eine frühe Durchimpfung organisiert hat, um diese südafrikanische Variante einzudämmen. Und da haben wir mit den Ärzten geredet, mit dem Bezirkshauptmann, mit den Bürgermeistern, mit den Gemeinderäten. Einfach um zu verstehen, was hat das bedeutet? Wie haben sie das logistisch gemacht? Welche Erfahrungen haben sie gesammelt? Und was sind die Lehren daraus? Zum Beispiel hat uns der Bürgermeister dort erzählt, sie haben relativ schnell 80 Prozent der Bevölkerung dort durchgeimpft. Das war ein ganz positives Erlebnis mit einem großen logistischen Aufwand. Aber es gibt in diesem Bezirk auch 67 verschiedene Nationalitäten. Und die kommunikativ zu erreichen, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Und das waren ganz spannende Erlebnisse und Erfahrungen. Und wir haben gesagt, okay, das ist eigentlich eine sehr positive Geschichte, wo man die europäische Integration und diese europäische Hilfe, weil diese 100.000 Dosen dort geliefert wurden. Die wurden ja von anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt für Schwarz. Das war ja eine spezielle Vereinbarung. Es war ein Forschungsprojekt, wo auch die Uni Innsbruck involviert ist, um das zu begleiten. Es war etwas ganz Besonderes, weil sowas hat zu dieser Zeit im März nur Tschechien und die Slowakei bekommen, weil die Todesraten, weil die Sterberaten so hoch waren. Das war insgesamt in Österreich nicht der Fall. Aber in Schwarz wollte man diese südafrikanische Variante sehr früh bekämpfen. Und deswegen ist es gelungen, hier 100.000 Dosen, Impfdosen vorzeitig zur Verfügung zu stellen. Und diese Geschichte muss man erzählen, weil das war eine sehr positive Geschichte. Wir waren dann aber zum Beispiel auch in der Europaregion Tirol-Trentino im Bezirk Landeck, wo sie uns über regional grenzüberschreitende Projekte erzählt haben. Und die Frage, was Grenzen in Pandemiezeiten bedeuten, wie sie pragmatisch damit umgegangen sind, dass plötzlich die Grenzen wieder hochgezogen wurden. Welche Projekte sie haben, sie haben irrsinnig viel Regionalisierungsprojekte, Nachhaltigkeitsprojekte. Allein die Umrüstung der Ölheizungen, 90.000 Ölheizungen in Tirol, mit Hilfe von europäischen Fördergeldern, ist zum Beispiel eine Riesenherausforderung. Und natürlich der Verkehr. Wir waren im Brenner Basistunnel in Tirol und haben uns das angeschaut und haben von vielen Leuten gehört, wie problematisch dieser Transitverkehr eigentlich ist. Und wir sind es da auch gerade. Und genau, da waren wir im Brenner Basistunnel drinnen und es wurde uns die Technik gezeigt, die Komplikationen gezeigt, der Fortschritt wurde uns gezeigt. Wir waren aber auch wandern, wir waren in der Nähe des Kaunertals, wo ja der Herr Bundespräsident geboren ist. Wir waren in Matrei, wir waren viele Landwirte getroffen, wir waren aber auch viel in Gasthäusern unterwegs, wo zum Beispiel gerade bei den Landwirten und bei den Bauern der Wolf natürlich ein großes Thema war. Der Wolf, der dort einzieht und die Schafe reißt. Und die Frage ist, wie kann dieser Wolf entnommen werden, wenn es Problemwölfe gibt? Muss der geschützt werden? Inwieweit soll der geschützt werden? Und wir haben halt klargemacht, dass das eigentlich mit Europa wenig zu tun hat. Es gibt zwar eine Richtlinie, die den Wolf... Wieso wurde das angemerkt, dass das ein europäisches Problem wäre, weil es regionübergreifend ist oder... Nicht unbedingt, was regionübergreifend ist, aber es gibt eine Biodiversitätsrichtlinie, wo der Wolf geschützt ist. Und die einen haben gesagt, er kann nicht abgeschossen werden, wenn es Probleme gibt, weil er unter Schutz steht. Und die anderen haben gesagt, naja, das ist alles ein europarechtliches Problem, es muss europäisch gelöst werden. Dem ist aber nicht so, weil Deutschland hat das mit einem Bundesgesetz gelöst. Es ist in Niederösterreich gelöst, es ist in Oberösterreich gelöst. Man kann regional mit einer Verordnung dieses Problem lösen. Und letztlich ist es ja auch letzte Woche gelöst worden zwischen den Koalitionspartnern in Tirol. Das geht sehr wohl. Und zum Verkehr, also Klimaveränderung, Klimapolitik ist wahrscheinlich die größte Priorität und das wichtigste Thema in Tirol. Und das spürt man überall, weil gerade die Alpenregion und die Bergregion natürlich besonders betroffen ist vom Klimawandel. Aber da merkt man ja, wie anschaulich eigentlich die EU-Agenten, die aktuellen, wenn man an den European Green Deal denkt und natürlich eben auch Next Generation EU, also auch der Recovery Fund, da wird es konkret im Gespräch. Ich wollte noch aufgreifen, weil Sie haben den Scherz gemacht, wie wir über das heutige Gespräch gesprochen haben, dass Sie mit dem Fahrrad kommen. Sie sind nicht mit dem Fahrrad hier, aber erzählen vom Fahrradfahren. Aber Sie haben uns ein kurzes Video mitgebracht, wo wir Sie am Fahrrad sehen und auch den Martin Sellmeier. Und ja, da begleiten wir Sie auch ein Stück. Wir sind im Rahmen unserer EU-Zukunftstour gerade in Tirol unterwegs, haben einen Tag in Innsbruck verbracht, haben ganz spannende Gespräche geführt mit Studentinnen an der Uni, auf dem Marktplatz, in der Fußgängerzone. Wir waren im Brenner Basistunnel und haben gesehen, wie wichtig diese Verkehrsachse ist. Wir waren bei der Landesregierung, wir haben Medientermine gehabt. Und jetzt radeln wir gerade von Innsbruck nach Schwarz, weil der Bezirk Schwarz eine interessante Modellregion ist. Ein Pilotprojekt, wo ja im März aufgrund der Virusmutation und mit europäischer Hilfe der ganze Bezirk durchgeimpft wurde. Wir sind schon sehr gespannt auf die Gespräche dort, weil wir wollen wissen, wie sich dort, wie das wahrgenommen wurde und wie sich dort die Stimmung entwickelt hat. Wir raden hier in das wunderschöne Tirol. Natürlich sind wir klimafreundlich unterwegs, mit dem Fahrrad, mit der Bahn, ab und zu auch mit einem Elektroauto. Und wir wollen die schöne Landschaft und Natur von Tirol nicht mit einem unnötigen Gramm CO2 belasten. Es ist ganz wichtig, dass wir ernst nehmen, dass es hier in Tirol um Umweltschutz geht und klimafreundlich geht. Und es war schön zu sehen, welche großen Fortschritte der Reiner Basiszur gemacht hat. Er muss weitere Fortschritte machen, denn wir müssen den Verkehr dringend von der Straße auf die Schiene verlagern, um hier diese Region zu entlassen. 20 Kilometer sind es noch beschwarz. Wir sehen uns dort. Genau, wir sehen uns hier und das war der Videobeweis. Sie begleiten ja diese Bundesländer-Tour auch wissenschaftlich, auch mit Umfragen, mit entsprechender Meinungsumfrage. Wenn wir konkret jetzt eben Tirol etwas näher anschauen. Sie waren eben Innsbruck-Schwarz und Sie haben vorher eben auch gerade beschrieben, welche Begegnung es da gegeben hat. Was haben Sie erfragt oder was waren die Fragen, die Sie bei den Umfragen gestellt haben und was kam dann eigentlich auch dabei heraus? Ja, also wir mischen die Gespräche, die vielen Geschichten und Diskussionen mit dem demoskopischen Teil, mit der Meinungsumfrage, um dann ein Gesamtbild zu bekommen. Und Tirol ist sehr interessant. Tirol quasi im Herzen Europas, im Herzen Österreichs, das erste Bundesland, das wir besucht haben. Die Umfrage sagt im Prinzip, dass das Interesse an europäischen Entwicklungen sehr hoch ist. Das heißt nicht, dass jetzt alle sehr integrationsfreundlich sind, aber gerade, das sehen wir auch aus anderen Krisen, gerade in Krisenzeiten ist der Informationsbedarf besonders hoch. Auch das Interesse an dieser Zukunftsdebatte ist gegeben, nämlich immer dann oder vor allem dann, wenn diese Zukunftsdebatte nicht nur eine nette Plauderei ist, sondern wenn sie konkrete, angreifbare Ergebnisse bringt. Ich glaube, das ist wichtig. Da haben Sie uns ja auch eine Grafik mitgebracht. Und da würde sich die Tiroler Bevölkerung auch aktiv involvieren. Da gibt es Interesse mitzumachen und sich einzubringen, wenn konkret was weitergeht. Das ist das Wichtigste. Ja, die 51 Prozent, die da hochpappen. Das kommt darauf an, nur wenn diese Debatte zu konkreten Ergebnissen und Reformen führt. Das, was Sie sagen. Also es soll kein Placebo sein, wo einfach nett diskutiert wird und dann macht man was anderes, sondern es soll wirklich zugehört werden und es sollen die Wünsche und Ideen mitgenommen werden und die sollen dann auch eingebracht werden in die Entscheidungsfindung und das eine oder andere umgesetzt werden. Wir haben zum Beispiel auch gefragt nach den Prioritäten, was die Zukunft Europas betrifft. Da gibt es eigentlich drei Hauptprioritäten. Ganz oben steht die Klimapolitik, der Klimaschutz. Das ist jetzt für Tirol eigentlich zu erwarten gewesen. Alpenregion, Transitverkehr, ganz, ganz entscheidend. Das Zweite ist die Bewältigung der Gesundheitspandemie. Das heißt, die Gesundheit selber. Hier geht es vor allem um das Krisenmanagement. Hier muss man noch effizienter und besser werden. Und das Dritte war die soziale Kluftverringern. Also diese Gesundheitskrise wurde ja auch zu einer Wirtschaftskrise und da gibt es die Befürchtung und die Sorge, dass hier die Unterschiede in der Gesellschaft noch größer werden und das darf nicht passieren. Und ich glaube, diese drei Themen... Natürlich auch der Tourismus, der in Tirol. Genau. Der Tourismus ist ausgeblieben. Die Frage ist, gerade der Wintertourismus. Im Sommer wird aufgemacht. Im Winter ist zu. Die nächste Saison ist entscheidend. Gerade Tirol, das so stark abhängig ist vom Tourismus, für die ist das besonders wichtig. Und daher ist dieser wirtschaftssoziale Prioritätenbereich ganz entscheidend. Aber wenn da herauskommt, 51 Prozent sagen, oder mehr als die Hälfte oder gerade die Hälfte, dass es zu konkreten Ergebnissen führen muss und Reformen. Lesen Sie da raus oder haben Sie das in den Gesprächen herausgehört, dass die Menschen eigentlich enttäuscht sind oder bisher das Gefühl hatten, dass dem eben nicht so ist? Na, ich glaube, die Erwartungen sind besonders hoch an die europäische Zusammenarbeit. Die Erwartungen werden auch besonders geschürt in der politischen Kommunikation. Nicht immer hat die europäische Ebene auch die Zuständigkeiten, um tatsächlich die Erwartungen auch erfüllen zu können. Wenn die Erwartungen dann nicht erfüllt werden, dann gibt es Enttäuschung. Das heißt, hier, glaube ich, braucht man einen Blick für das Realistische, für das Machbare. Was sind da Beispiele? Also die Wölfe haben Sie ja genannt. Was gibt es da sonst Beispiele? Die Wölfe dürften mittlerweile auf guter Schiene sein, dass das geklärt ist. Es geht vor allem um die Bekämpfung einer solchen Pandemie natürlich. Aber da gibt es das konkrete Beispiel des Bezirks Schwarz, wo das wirklich gut funktioniert hat. Es ging in den Grenzregionen vor allem um die Frage, wie geht man mit Grenzen zwischen Ländern um, die ja eigentlich in Europa immer weniger werden und immer durchlässiger werden. Also die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird immer intensiver. Aber in so einer Krisensituation, wo plötzlich wieder die Grenze hochgezogen wird, wo ich aber regionale Zusammenarbeit habe, wo ich einen Patienten aus Tirol über die Grenze nach Deutschland bringe, ins Krankenhaus, was einfach näher ist, plötzlich geht das nicht mehr. Das kann alles nicht sein. Das heißt, hier gibt es ein Problem in der zwischenstaatlichen Abstimmung. Man glaubt, man versteht sich gut miteinander, man redet nicht mehr genug miteinander und dann passiert sowas in einer Krisensituation, dass die Grenzen plötzlich praktisch zu sind. Und das darf nicht sein. Und hier erwartet man sich ein anderes Vorgehen, einen Rahmen, wo sowas einfach nicht mehr vorkommt. Weil das ist natürlich für den Alltag ein Riesenproblem. Förderungen im Bereich der Regionalentwicklung, gerade für die Landwirte ganz entscheidend, die Förderung ihrer Arbeit. Vor allem auch der Bergbauern natürlich. Das war ganz entscheidend. Aber auch die vielen grenzüberschreitenden Projekte, das Verkehrsthema. Das ist natürlich ein Thema, das muss Österreich, Tirol mit Deutschland und Italien klären, wo Europa oder die Europäische Kommission eigentlich nur Vermittler ist. Das sind nicht die, die entscheiden. Aber was die europäische Ebene tun kann, sie kann versuchen, die drei Parteien an den Tisch zu bringen, sodass Probleme geklärt werden und das schneller umgesetzt wird, weil das so wichtig und entscheidend ist. Aber jetzt ist gerade zum Beispiel die Entscheidung über diese Euro-Vignette gefällt worden. Darüber wird jetzt verhandelt. Und da ist Tirol überhaupt nicht zufrieden. Also da braucht man ein ganz konkretes Ergebnis. Bei der Förderung der Umstellung von Ölheizungen auf klimafreundlichere Modelle. Ganz entscheidendes Thema, hier mit Förderungen zu agieren. Ja, gerade jetzt ganz aktuell, eben auch vorgestellt jetzt von der Kommission, die Maßnahmen. Ja, genau. Natürlich. Also alles, was Klimaschutz ist, alles, was Green Deal ist, ist, glaube ich, gerade für die Alpenregion, wo dieser Klimawandel besonders spürbar ist, gerade im Tourismus, weil wir den vorher angesprochen haben. Der Tourismus wird sich ja auch verändern, wenn ich diesen Klimawandel habe. Wie gehe ich damit um? Und das sind ganz entscheidende Themen, wo ich ganz konkrete Ergebnisse brauche, wo die Politik gefordert ist. Das ist nicht nur die europäische Ebene. Das muss das Zusammenspiel sein, regionale, nationale und europäische Ebene. Weil, wie wir auch von dieser Umfrage wissen, die Ebene, die politische Ebene, die am meisten Glaubwürdigkeit hat, ist die, die am nächsten dran ist an den Menschen. Das ist die regionale Ebene. Also die Gemeinde, der Bürgermeister, der Gemeinderat. Genau. Bis hin zu Landesregierung, Landeshauptmann, Landesrat, Bezirkshauptmann. Das heißt, das sind die Gesichter, die man kennt. Das sind die Menschen, in die man ein großes Vertrauen hat. Und die muss ich natürlich, mit denen muss ich im Dialog sein. Da muss ich wissen, was die brauchen, was die wollen. Und hier muss es eine bessere Zusammenarbeit geben, damit die auch umsetzen und dann die Geschichte von Schwarz zum Beispiel erzählen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Landeshauptmann, Bürgermeister, Bezirkshauptmann und der europäischen Ebene, wo wirklich Menschenleben gerettet wurden. So etwas muss man erzählen. Genauso wie die regionalen Projekte, die Markthalle, die Umrüstung einer Ölheizung, der Bauernhof, die Direktvermarktung, das grenzüberschreitende Schutzhaus, was auch immer. Diese Geschichte muss ich erzählen. Das kann ich nur, wenn ich die regionale Ebene dabei habe. Und die haben wir deswegen sehr konkret und direkt angesprochen. Ja, die regionale Ebene, die manchmal aber dann auch berühmt wird, wenn ich eben nicht an Schwarz, sondern an Ischgl denke. Ja, genau. Wenn lokales oder regionales Versagen, wie immer man das jetzt dann politisch einschätzen möchte, natürlich auch eine europäische Dimension bekommt. Natürlich. Also all diese politischen Ebenen, sei es lokal, regional, national, was auch immer, haben eine europäische Verantwortung. Viele von diesen Politikerinnen und Politikern haben leiten oder finanzieren, fördern, organisieren Projekte, die eine grenzüberschreitende Wirkung haben. Oder es passiert etwas wie in Schwarz, wie in Ischgl oder in Landeck oder sonst wo. Oder die ganze Verkehrsthematik, wo es eine grenzüberschreitende Folge gibt. Und deswegen ist diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das Verständnis füreinander auf all diesen Ebenen so entscheidend. Sie haben uns ja noch ein Ergebnis der Umfrage mitgebracht, nämlich im Hinblick auf die Mitgliedschaft Österreichs in der EU. Nämlich eben merken Sie hier in Tirol etwas von der Mitgliedschaft Österreichs in der EU. Und das Ergebnis ist ja doch relativ ernüchternd. Also nur 35 Prozent sagen ja und zwar vor allem Positives und dem stehen die 32, also ein anderes Drittel entgegen, ja und zwar vor allem Negatives. Wie ist das einzuordnen? Naja, da gibt es wahrscheinlich mehrere Elemente in Erklärung. Also Tirol ist hier ein bisschen speziell. Wir haben in Österreich ein bisschen ein Ost-West-Gefälle, was die EU-Stimmung betrifft. Das sehen wir zum Beispiel auch bei der Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind in einer Krise. Wir sind in einer Krise, wie wir sie die letzten Jahrzehnte nicht gehabt haben. Das heißt, wir sind auch in einer Krisenstimmung, wo natürlich nach Schuldigen gesucht wird, Erfolge. Bei Erfolgen ist man selbst verantwortlich, bei Schuldzuweisungen ist es immer jemand anderer. Und da bietet sich natürlich die Europäische Union als Sündenbock immer sehr gut an. Die ist sehr weit weg, das ist ein bisschen abstrakt. Auch unterstützt manchmal durch nationale Politiker, die das natürlich auch nützen. Genau. Und das geht dann wie eine Kaskade weiter in der Kommunikation. Und deswegen ist der direkte Kontakt von uns jetzt, glaube ich, so wichtig, dass wir zwei, drei Tage eigentlich wesentlich länger, die ganze Zeit müssten wir das machen, uns Zeit nehmen. Und das werden wir auch machen. Gespräche zu führen, aufzuklären und zu bitten, weil ich vorher erwähnt habe, dass die regionale Ebene so einen starken Einfluss hat auf die Stimmung. Eine Europakommunikation und eine Europadebatte geht nur mit der regionalen Ebene. Und das geht in beide Richtungen. Wenn die regionale Ebene sagt, da ist Europa schuld, dass der Wolf nicht entfernt werden kann, da ist Europa schuld, dass wir beim Impffortschritt nicht schneller vorankommen, dann hat die regionale Ebene am meisten Glaubwürdigkeit. Und dann kann schon einmal die Stimmung so aussehen, wie wir sie hier sehen. Zielgruppe für uns ist hier vor allem jene Gruppe, nämlich dieses eine Drittel, das sagt, naja, für mich macht das eigentlich gar keinen Unterschied, ob Tirol EU-Mitglied ist oder nicht. Und denen müsste man eigentlich erklären, was wäre, wenn Tirol und Österreich nicht Teil der Europäischen Union wären. Was das bedeuten würde, für den Wirtschaftsstandort Tirol, für den Tourismus, für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, für die Förderungen in der Gemeinde, für die Landwirtschaft, für den Binnenmarkt. Viel wird ja explodiert. Und auch das würde den Verkehr nicht lösen. Also hier ist die regionale Ebene gefordert, in diesen Diskurs einzusteigen. Und wir helfen gerne mit. Aber wir können es nicht aus der Distanz machen. Das muss vor Ort passieren. Ja. Was mich doch überrascht bei dem Ergebnis, weil Sie von Ost-West-Gefälle sprechen, Tirol und natürlich auch Vordelberg sind so eingebettet, auch in die Nachbarländer. Ja, also gerade, okay, der deutsche Tourismus ist in Tirol wichtig, aber auch die Nähe zu Italien. Gibt das nicht automatisch auch ein stärkeres Europa-Bewusstsein durch diese, durch ein kleiner Wurf und man ist in Deutschland oder eben in die andere Richtung in Italien? Ja, das gibt es sicher. Deswegen ist das Interesse da. Deswegen ist die Kritik auch ausgeprägt. Kritik ist ja durchaus was Positives. Wir wollen ja konstruktiv uns verbessern und weiterentwickeln. Das Bewusstsein dafür ist da. Aber der überschießend kritische Umgang mit europäischen Entwicklungen in der Krise führt zu so einem Ergebnis. Aber im Prinzip strukturell ist der Österreich eigentlich sehr gut aufgestellt, regional und lokal zu kommunizieren, weil Österreich dieses einzigartige System hat der EU-Gemeinderäte, wo eigentlich schon über 1200 EU-Gemeinderäte unterwegs sind und in ihren Gemeinden natürlich am Stammtisch auch einmal dagegen halten können. Da gibt es eine Überschrift in der einen oder anderen Zeitung. Aber ich sage euch jetzt mal, was ich darüber weiß und wie es wirklich ist. Diskutieren wir darüber. Also das Interesse ist da. Das Interesse ist auch da, sich zu engagieren. Und dieses Engagement müsste abgeholt werden mit positiven Geschichten. Es gibt so viel Geschichten da draußen. Wir hören so viel Geschichten. Sie meinen mit Geschichten auch Vorurteile oder? Positive Geschichten. Projekte, wo was weitergegangen ist. Von Landwirten, wie wichtig diese Förderungen sind. Von Jungbauern, die auf Erasmus gehen. Von Lehrerinnen und Lehrern, die in Europabildung engagiert sind. Von grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten. Von dieser Impfstoffbeschaffung in Schwarz. Das sind alles Geschichten, mit denen jeder und jede was anfangen kann. Nur diese Geschichten müssen wir auch erzählen. Und für Schwarz ist halt nicht nur der Landeshauptmann verantwortlich, der das toll gemacht hat. Sondern es war die Kooperation des Landeshauptmanns Günther Platter mit der Europäischen Kommission. Im Zusammenspiel. Gemeinsam war man da erfolgreich. Und das muss genauso erzählt werden. Und hoffentlich dann eben so negative Erfahrungen oder Themen wie Transit eben dann etwas ausgleichend. Naja, das muss man lösen. Ja, vor allem lösen. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig zu lösen. Aber da hat es keinen Sinn, sich in Schuldzuweisungen zu verstricken. Das bringt keine Lösung. Sondern ich muss alle Leute, die da involviert sind, an eine Verhandlungstisch holen und so rasch wie möglich an einer Lösung arbeiten, damit man dieses Problem wirklich unter Kontrolle wird. Apropos lösen. Sie haben uns ja noch ein Ergebnis mitgebracht von der Umfrage. Nämlich mit der Frage, wenn sie an die Herausforderungen denken, denen die EU und Österreich gegenüberstehen, braucht es ihrer Meinung nach eher mehr gemeinsames Handeln auf europäischer Ebene oder sollten die EU-Mitgliedstaaten öfter für sich selbst entscheiden? Und da ist ja doch ein sehr klares Ergebnis zum gemeinsamen Handeln. Ja, ja, das ist der Wunsch der Lösung. Es scheint, als gäbe es hier einen Widerspruch. Aber letztlich, das sind die Erwartungen. Das ist der Wunsch. Europa soll bei den wirklich großen Fragen mit einer Stimme sprechen, soll selbstbewusster sein, soll ehrgeiziger sein, soll seine Werte verteidigen, aber auch seine Interessen. Also bei grenzüberschreitenden Themen wie Umweltschutz, Energiepolitik, Handelsfragen, Außenpolitik. Also bei diesen Fragen ist ganz klar, aber auch bei der Migration. Wir sind keine Insel der Seligen und das wissen die Menschen. Wir können nicht die Augen zumachen und den Kopf in den Sand stecken. Wir können nicht die Grenzen hochziehen. Das löst keine Probleme. Also in der Außenpolitik und in der Handelspolitik sind wir stark genug, wenn wir gemeinsam auftreten. Also so wird unterschieden. Genau. Und auch da ist Europa, und wenn ich Europa oder Europäische Union sage, dann sind das natürlich immer die Institutionen, aber vor allem auch die Mitgliedstaaten. Auch da ist diese Kooperation und die Erwartung in dieser Kooperation ganz entscheidet und da muss Europa liefern. Wenn man, also das ist jetzt konkret auf Tirol bezogen, die lokalen oder die regionalen Fragen, die da sind, aber wenn wir das etwas weiter ausrollen auf Österreich und ihre Erfahrungen. Sie sind ja Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und machen ja Europa-Informationsbildung in Wien, aber auch eben in den Bundesländern. Es gibt Schulprojekte, Veranstaltungsserien und eben auch medial nimmt man sie immer wieder wahr, eben die Umfragen, auch sehr spannend, die Umfragen im Hinblick auf die Jugend und Europa. Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, die Konferenz zur Zukunft Europas ist jetzt eben die Basis bis zum nächsten Europatag. Wie schätzen Sie die Partizipation jetzt ein in diesen Prozess? Es hat ja gedauert durch die Pandemie verzögert. Jetzt weiß man, wie das das Konstrukt ablaufen soll und alle Bereiche der europäischen Gesellschaft und Öffentlichkeit sind eben eingeladen, sowohl politische Gremien, aber eben auch BürgerInnen und viele auch regionale Initiativen und so weiter hier Wünsche und auch Perspektiven und vielleicht auch eben konkrete Forderungen einzubringen. Wie schätzen Sie diesen Prozess ein? Weil unter Juncker hat man das ja eigentlich auch schon einmal versucht. Sie erinnern die Szenarien, wie stellt man sich Europa vor und jetzt wieder ein neuer Prozess, die Zukunft Europas. Sind die Menschen nicht schon müde immer wieder von neuen da anzufangen? Naja, die Situation ist jetzt doch etwas eine andere, weil wir kommen gerade aus einer Pandemie. Hoffentlich ist sie wirklich bald vorbei. Wir sind seit elf Jahren eigentlich in einem Status quo, wo diese Weiterentwicklung nicht stattgefunden hat. Wir stehen vor wirklich großen Herausforderungen außenpolitisch, was die transatlantische Beziehung zu den USA betrifft, aber auch mit Russland, China, Afrika, Nahe Osten. Wir müssen uns, was das Krisenmanagement in einer wirklichen Notsituation oder Katastrophensituation, wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, hier müssen wir uns ganz neu aufstellen. Wir haben die große Herausforderung des Klimawandels mit dem europäischen Green Deal, wo eine riesige Transformation der Gesellschaft und der Wirtschaftsstrukturen stattfinden muss. Hier geht es sehr stark um Bewusstseinsbildung. Das heißt, hier ist ganz, ganz viel in Entwicklung. Und hier ist es wichtig, gerade nach 18 Monaten Pandemie, wo wir so wenig miteinander gesprochen haben, diese Chance zu nützen, dieser Konferenz, um einfach wirklich ins Gespräch zu kommen und endlich im Dialog uns zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Einfach auch zuzuhören und einfach auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, Dampf abzulassen. Ich glaube, an und für sich ist das eine ganz wichtige Sache, die da jetzt stattfindet. Die Partizipation, auf die kommt es an. Das Ganze muss in Schwung kommen, das muss noch in die Gänge kommen. Deswegen fahren wir ja mit dem Fahrrad, damit der Bewegung reinkommt, weil das kann ja kein Schlafzug sein. Aber Sie machen es konkret, weil Sie fahren eben mit der EU-Lok und teilweise eben auch mit T-Shirt, wo eben EU oben steht oder auch der Sternenkranz. Oder Sie fahren eben auch mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Genau, das war gerade der Alexander Bernhuber aus Bischofstetten, aus Niederösterreich, der jüngste österreichische EU-Abgeordnete. Nein, also wir wollen aufrütteln. Wir versuchen, wir zu zweit und unsere Büros können die Welt nicht aus den Angeln heben, aber wir tun es trotzdem. Also wir versuchen, uns einen Beitrag zu leisten. Aber trotzdem ist es... Was es aber braucht, damit dieses Projekt Konferenz, wir nennen es Zukunftsdebatte, weil es geht um die Debatte. Wir wollen nicht eine Konferenz, die in der verschlossenen Türen stattfindet, sondern es soll debattiert werden. Und da helfen Krisenzeiten, weil da ist das Interesse da. Aber was es braucht, ist politisches Engagement, politischer Wille, dieses Projekt wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Welche Ebene meinen Sie da jetzt? Bundesregierung, Bundeskanzler, Europaministerin, die sehr engagiert ist, aber alle anderen auch. Nationalratsabgeordneten, alle anderen Minister der Bundesregierung, Entscheidungsträger, Meinungsmacher, Meinungsbildner, was auch immer. Lehrerinnen und Lehrer, Unternehmerinnen und Unternehmer, Landwirte, ganz egal. Aber es braucht eine Aufbruchstimmung. Das gelingt natürlich nur, wenn so viele wie möglich Leute mitmachen. Man darf auch da keine falschen Erwartungen wecken. Wir werden zwar am Schluss nach unserer Bundesländer-Tour einen gemeinsamen Österreich-Bericht machen. Martin Selme und ich fahren dann mit dem Nachzug nach Brüssel und werden diesen Bericht den Spitzen der europäischen Institutionen vorstellen. Und auch in Österreich, in Wien, der Bundesregierung. Aber wir werden mit dem Bericht möglicherweise die Welt nicht verändern können. Aber wir werden einen Beitrag dazu leisten können, dass Österreich vielleicht noch ein bisschen mehr gehört wird in Europa. Das heißt, ein realistisches Erwartungsmanagement, viel Beteiligung und dann an der einen oder anderen Schraube drehen. Ja, aber auch die österreichische Bundesregierung in ihrer Europastrategie könnte ja dann auf die Erfahrungen aus diesen Gesprächen zurückgreifen und sagen, okay, ich höre von euch über Umfragen und über Gespräche mit Tausenden und zigtausenden und zehntausenden Menschen. Ihr habt jene und jene Priorität, diese und jene Idee. Ich filter das und die wichtigsten fünf, sechs Ideen mache ich zu meinen Ideen und vertrete ich auf Österreich. Also auch konkretes Handeln auf nationaler Ebene. Genau. Dann schaue ich, was mit diesen Themen passiert, gebe eine Rückmeldung und gehe wieder in den Diskurs und probiere hier demokratisch und demokratiepolitisch einen Fortschritt zu erzielen. Ich glaube, das ist eine Chance und eine Möglichkeit, die diese Konferenz Zukunft Europas, die wir eigentlich EU-Zukunftsdebatte nennen wollen, weil wir wollen debattieren, die dieses Format eigentlich bietet. Welche Defizite sehen Sie da in der österreichischen Europapolitik? Naja, also ich möchte gar nicht von Defiziten sprechen, sondern ich glaube, je stärker man zusammenarbeitet, je mehr man hier gemeinsam Projekte umsetzt, je stärker man sich engagiert, je proaktiver man ist, nicht defensiv, wo man nur reagiert, sondern proaktiv versucht, die Europäische Union weiterzuentwickeln, desto besser. Es gibt nicht dieses Österreich, hier sind wir und da draußen seid ihr die Europäische Union. Es gibt nicht diesen Gegensatz. All das, was die Europäische Union macht, ist das, was wir machen. Österreich sitzt immer mit am Tisch, entscheidet immer mit, kann immer gute Argumente vorbringen und das ist keine Frage der Größe. Wenn wir nach Luxemburg schauen, sehen wir, dass wir mit innovativen, kreativen Ideen weit kommen. Und da ist Österreich gefordert, nicht abzuwarten, sondern proaktiv das Asyl- und Migrationsthema zum Beispiel zu lösen. Nicht zu warten und zu kritisieren, sondern selber einen Lösungsbeitrag zu leisten. Bei der Klimathematik sich als Vorreiter zu positionieren. Das ist ja jetzt in dem Fall etwas gelungen. Da wurde auch Österreich speziell gelobt für eben von Franz Timmermans zum Beispiel, dass hier Hinblick auf den Recovery Fund und und Genau, da gibt es ja nationale Aktionspläne. Genau, dass die sehr vorbildlich waren. Und die waren insofern vorbildlich, als dass der Teil dieser Aktionspläne, der eingemeldet wurde, der sich um Klimapolitik dreht, beziehungsweise der auf Digitalisierung fokussiert, weit größer war als das, was von der europäischen Ebene gefordert wurde. Das heißt, wir haben eine Vorreiterrolle, wir sind auch ambitioniert, aber das sind ja natürlich auch Themen, die wir gern auch mit anderen Ländern teilen können, wo wir motivieren können, dass andere mitgehen und vorangehen. Aber auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, auch bei der Thematik der Rechtsstaatlichkeit. Also wenn es um die Frage der Justiz in Ungarn und in Polen geht, auch da sehen wir, wenn wir jetzt unterwegs sind, wie wichtig das den Menschen ist. Ja, weil es aktuelle Themen sind, die gerade in der Presse, in den Medien natürlich vorkommen und sich bewusst sind. Das ist wirklich eine existenzielle Frage der europäischen Integration, die basiert auf einem gemeinsamen Wertekanon und auf Basis des Rechts. Es geht hier nicht um das Recht des Stärkeren, sondern es geht um die Stärke des Rechts. Und dem Herrn Orban ist es ja gelungen, es sehr anschaulich und sehr klar zu machen. Und hier muss es Konsequenzen geben und hier werden Konsequenzen eingefordert, weil niemand versteht, wieso eine ungarische Regierung eigentlich eine Vielzahl an Förderungen bekommen soll, wenn es sich nicht an das Europarecht hält, wenn es die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen dreht. Hier muss man nur differenzieren, dass man, wenn man Förderungen, wenn es denn europarechtlich möglich ist, Förderungen zurückzuhalten, dass man hier nicht die ungarische Bevölkerung betrifft. Aber es muss Konsequenzen geben, weil hier geht es ans Eingemachte, hier geht es um den Kern der europäischen Integration. Und hier ist auch Österreich und hier sind auch alle anderen Mitgliedstaaten gefordert, laut aufzutreten, nicht ruhig zu sein, sondern zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Da war ja Österreich etwas zögerlich am Anfang, aber hat sich dann auch klar positioniert. Letztlich ist das Tempo ganz egal. Wichtig ist, dass man sich klar positioniert. Aber Herr Schmidt, verstehe ich Sie richtig, dass Sie mit Ihrer Zukunftsdebatte auch natürlich die Menschen, mit den Menschen im Gespräch sind, da aufklären, Europa erklären, aber gleichzeitig auch hinhören, wo sozusagen die Bedenken und auch die Zurückhaltung hinsichtlich Europas herrscht. Aber letztendlich wollen Sie auch erreichen, quasi einen Turbo auch im Hinblick auf die Bundesregierung und die Europapolitik in Gang zu setzen. Denn wenn ich es richtig sehe, ist die offizielle Position, zumindest der Türkisen, ja immer noch weniger Europa, aber dafür effizienter. Ja, das ist eine Schlagzeile. Also uns geht es wirklich um die Themen und uns geht es darum, dass... Nein, das ist ja nicht Ihre Überzeugung, sondern das ist das, was ein politisches Statement immer wieder gesagt wird. Vollkommen richtig, das ist wirklich nicht meine Überzeugung. Nein, aber hier wird mit Schlagzeilen gearbeitet. Uns ist es wichtig, dass auch die österreichische Bundesregierung sich thematisch europapolitisch engagiert. Uns ist es wichtig, dass es ja einen Integrationsturbo gibt, aber auch einen Turbo gibt, der diese Debatte um die Zukunft Europas einfach in die Gänge bringt und vorantreibt. Und wenn wir, wir waren in Arnsfels in der Südsteiermark an der slowenischen Grenze in einer Markthalle und haben dort ein Bürgerforum gemacht. Wenn wir da diskutieren, dann ist unser erster Ansatz, dass wir sagen, auch wir haben viel an Europa zu kritisieren. Europa ist alles andere als perfekt. Und dann zählen wir zwei, drei Punkte auf, ein bisschen um das Eis zu brechen. Weil wir dort hingehen, um zuzuhören. Wir wollen wissen, was sich die Leute, was die Menschen dort für Vorstellungen von Europa haben. Welche Wünsche, Anregungen, Ideen, Prioritäten haben sie, wenn es um Europa geht. Welche Kritik haben sie? Und die nehmen wir dann mit. Und die hätten wir dann gern. Die erzählen wir weiter. Wir waren zum Beispiel in Graz. Wir waren in der Steiermark in vier Schulen. Wir waren in einer Landwirtschaftsschule, wo vor allem über Orbán gesprochen wurde. Interessanterweise. Wir waren bei zukünftigen Krankenpflegern und Krankenpflegerinnen. Dort ging es vor allem um deren Wertschätzung. Und Krankenpflege ist zwar jetzt gesundheitspolitisch keine europäische Kompetenz. Aber in der Zukunft werden allein in Europa elf Millionen Krankenpflegerinnen fehlen. Also das ist wirklich ein Riesenproblem und natürlich auch eine Frage der Migration. Wir waren bei den Weinbauern, bei der Weinbauschule, die zum Beispiel 2016, wie es einen Frost gegeben hat, über eine europäische Zusammenarbeit, einen Europawain zusammen produziert haben. Der wird jetzt jährlich produziert. Das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte, die man erzählen könnte. Wir waren bei den Kfz-Lehrlingen, wo die Frage ist, wie geht das weiter mit dem Verbrennungsmotor? Inwieweit stellen die schon um auf Elektrotechnik? Inwieweit gehen die auf Erasmus? Also das waren alles angreifbare Themen, die mit vielen, vielen Geschichten, die weitererzählt werden sollen. Und das war unser Messestand. Ja, das sind konkrete Erzählungen und vor allem eben auch, wo Europa einen Sitz im Leben hat. Genau, Alltagsthemen. Genau. Und das ist ja wahrscheinlich eben das Wichtigste, das auch bewusst zu machen. Wo hat man seine europäische Erfahrung oder auch den Bezug? Also das Bürgerforum hatten wir zum Beispiel in einer Markthalle, die gerade von dieser Gemeinde renoviert wurde. Und die wurde von einem europäischen Regionalförderprojekt mit dem LEADER-Programm zu 60 Prozent kofinanziert. Eigentlich eine sehr gute Sache, nur die Schilder findet man nicht so leicht. Also sind das Geschichten, wo wir sagen, und der Bürgermeister ist sehr engagiert dort, direkt an der slowenischen Grenze, wo sie auch grenzüberschreitende Projekte haben, wo diese Geschichten halt erzählt werden müssen. Und wenn die immer weitererzählt werden, dann sieht man auch, welchen positiven Effekt die europäische Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene haben kann. Um das noch einmal aufzugreifen, das sind ja alles Erfahrungen eben der Menschen konkret. Und wir haben ja vorher gesehen, die Tiroler wünschen sich eben konkrete Ergebnisse. Wenn wir über Europa diskutieren oder eben auch die Politik den Menschen zuhört, dann soll das auch wirklich zu Entscheidungen und auch zu einer Verbesserung in der Europäischen Union und natürlich auch auf nationaler Ebene und in der Region führen. Wenn wir jetzt diese Zukunftskonferenz ansehen, in allen 27 Mitgliedstaaten passieren ähnliche Bürgerdialoge, soll eine Mobilisierung sein. Es gibt die Online-Plattform der EU, wo man wirklich die Menschen einlädt, da teilzunehmen, sich zu informieren, aber gleichzeitig eben auch Wünsche und Erwartungen auch zu kommunizieren. Wie sehen Sie den politischen Prozess? Also werden die 27 EU-Staaten, die Staats- und Regierungschefs, dann Europa wirklich weiterentwickeln können? Ich meine, Sie haben angedeutet Viktor Orban. Wir sehen natürlich jetzt, dass es in dem Geflecht der Mitgliedstaaten immer wieder zu Schwierigkeiten kommt. Wir haben ja nicht nur den Herrn Orban. Wir haben das Rechtsstaatlichkeitsproblem natürlich in Ungarn und Polen jetzt sichtbar und Artikel 7-Verfahren. Aber wir merken, dass gerade auch in Osteuropa manche Mitgliedstaaten halt ganz andere Ideen haben. Und vielleicht gibt es schon ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Wie wird sich das weiterentwickeln? Oder welche Chance besteht? Ja, also es gibt schon ein Europa der mehreren Geschwindigkeiten, weil ja es verschiedene Integrationsbereiche gibt, wo nicht immer alle Staaten mit dabei sind. Schengen und Euro. Schengen zum Beispiel. Euro zum Beispiel, die Europäische Staatsanwaltschaft, das Europäische Patentamt. Oder auch zum Beispiel, wenn es darum geht, unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingscamps aus Griechenland zum Beispiel umzusiedeln und diesen zu helfen. Da gibt es auch eine Koalition der Willigen, wo halt Österreich nicht dabei ist. Und vor allem nicht die osteuropäischen Partner. Ja, also es ist richtig, die Unterschiede werden in Europa nicht kleiner, sie werden größer. Deswegen ist es in bestimmten Bereichen einfach, wird es immer schwieriger, hier tragfähige Kompromisse zustande zu bringen. Ja, das ist eine riesen Herausforderung. Ich glaube aber trotzdem bei allen Differenzen, dass es wichtig ist, da Gesprächskanäle, alle Gesprächskanäle zu nützen, sich immer an den Tisch zu setzen und da zu versuchen, Lösungen zu finden. Das geht bei einzelnen Themen, wo man sagen kann, hier geht eine Gruppe voran, hier gibt es eine andere Allianz von Staaten, die vorangeht. Wo das nicht geht, ist bei den Grundpfeilern der europäischen Integration, wie bei den europäischen Werten und bei der Rechtsstaatlichkeit. Das ist nicht verhandelbar. Das ist nicht verhandelbar. Das muss jeder einhalten. Es kann nicht sein, dass die Europäische Union auch aus Staaten besteht, die sich nicht daran erinnern können, was sie eigentlich selber unterschrieben haben. Das muss man immer wieder einfordern. Und da muss man Druckmittel finden, das einzufordern. Da gibt es zumindest jetzt diesen neuen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, wo man über das EU-Budget sehr wohl, wenn EU-Finanzen veruntreut werden, hier einen Hebel hat, Geld zurückzuhalten und gegen Korruption vorzugehen. Das ist schwieriger, zum Beispiel im Bildungsbereich oder in anderen Bereichen, wo es keine europäische Kompetenz gibt, wo man erst mit einem Vertragsverletzungsverfahren schauen muss, inwieweit hier Europarecht verletzt wird. In dieser Auseinandersetzung sind wir jetzt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wir haben auch die Staaten des Westbalkans, die Frage der EU-Erweiterung. Hier ist zum Beispiel ein Großteil der österreichischen Bevölkerung der Meinung, wir müssen zuerst konsolidieren. Wir müssen unsere eigenen Probleme klären. Wenn wir besser aufgestellt sind, wenn wir besser funktionieren, dann können wir erweitern. Nicht gleichzeitig und nicht vorher. Wobei Österreich ja die Nähe hat und auch die Erfahrung zu der Region, die natürlich in westlicheren Mitgliedstaaten, die weiter entfernt sind, dann noch viel weniger Relevanz hat. So ist es. Österreich ist ein großer Befürworter dieser nächsten Erweiterung. Während die Bevölkerung der Meinung ist, stopp, wir müssen uns zuerst reformieren und besser aufstellen. So kann es ja nicht sein. Die über 50 Prozent wollen, dass Europa mit einer Stimme spricht und weltpolitisch stärker auftritt, weltpolitikfähig wird. Das schaffen wir nur, wenn wir uns intern einigen können. Wenn wir uns immer weiter auseinander entwickeln, können wir diese Erwartungen nicht erfüllen. Dann brechen wir irgendwann auseinander und dann müssen wir uns möglicherweise neu gründen mit einer geringeren Zahl von Mitgliedern, weil anders wird es nicht gehen. Die Frage ist, und an dieser Wegkreuzung, an dieser Weggabelung der Integration sind wir jetzt. Und deswegen ist jetzt so ein entscheidender Moment, über diese Themen nachzudenken. Über die Zukunft, aber auch über die Gegenwart. Nämlich diese Probleme der Rechtsstaatlichkeit müssen geklärt sein. Die müssen ganz klar geklärt sein, ohne Kompromisse. Sonst ist Europa auch nicht glaubwürdig. Sonst ist Europa nicht handlungsfähig. Ja, und man kann sich nicht den Sonntagsreden ständig auf die Werte berufen. Genau. Und dann werden sie nicht eingehalten. Ich kann nicht in den EU-Erweiterungsverhandlungen mit den Ländern des Westbalkans Rechtsstaatlichkeit einfordern, europäische Werte und Demokratie einfordern und selber intern diese Probleme haben. Das heißt, das müssen wir lösen. Das müssen wir lösen. Und das geht nur, wenn ich die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge nicht alleine lasse, sondern wenn alle Mitgliedstaaten aufstehen und sagen, so weit, hier ist die Grenze, weiter geht es nicht. Ihr müsst es so machen, weil sonst wird es keine EU-Förderungen geben. Sonst wird es, sonst werde die irgendwann einmal kein Stimmrecht mehr haben. Und in letzter Konsequenz, wenn das alles nichts nützt, wird sich die Europäische Union neu erfinden müssen und neu gründen müssen, wenn man hier keine Zusammenarbeit findet. Trotzdem, trotz dieser Probleme gibt es genug Bereiche, wo man sehr eng zusammenarbeitet. Und eine Sache noch, wenn Sie die polnische Bevölkerung und die ungarische Bevölkerung fragen, dann ist die Situation natürlich und die Stimmung in der Bevölkerung eine ganz andere als möglicherweise in der polnischen und der ungarischen Regierung. Also hier gilt es zu differenzieren. Orban ist nicht Ungarn. Kaczynski ist nicht Polen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da differenziert. Aber gut, aber Kaczynski und eben auch Orban werden gewählt. Und sie haben Mehrheiten, sonst wären sie nicht in der Position. Das Problem eben, was der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus eben jetzt, was den anlangt, ist natürlich das Einstimmigkeitsprinzip. Gerade in budgetären Fragen der EU ist das ja immer noch einfach die wesentliche Basis. Da beißt sich ja scheinbar die Katze auch in den Schwanz. Bei dem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, bei dem neuen, der seit 1. Januar gilt, nicht mehr. Weil da ist man abgegangen von der Einstimmigkeit. Da hat man eine einstimmige Entscheidung treffen müssen, um von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit zu kommen. Europa ist kompliziert. Wobei es ja noch anhängig ist. Wieso soll man es einfach machen, wenn es kompliziert auch geht? Wobei das ja noch nicht wirklich ausjuristiziert ist, weil Polen und Ungarn haben das ja beim Europäischen Gerichtshof auch eingeklagt. Ja, das ist richtig. Aber das wird überprüft, ob das europarechtlich in Ordnung ist. Aber der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ist seit 1. Januar 2021 in Kraft. Eine Errungenschaft. Die Europäische Kommission wartet darauf, was der EuGH sagt. Das heißt aber nicht, dass man eine carte blanche jetzt hat seit 1. Jänner, sondern das kann natürlich rückwirkend, dieses Prozedere kann rückwirkend angewendet werden und wird auch angewendet werden. Es wird eine Überprüfung durch die Europäische Kommission geben, einen Vorschlag, wie man mit einer bestimmten Situation umzugehen hat. Und dann können die Mitgliedstaaten per qualifizierter Mehrheit abstimmen. Nicht mehr per Einstimmigkeit, sondern per qualifizierter Mehrheit. Da gibt es kein Veto mehr. Und das ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Wenn wir jetzt weiterdenken, also ich sage gern Europa weiterdenken und wenn sie sich jetzt eben die Zukunftskonferenz hier dann zu konkreten Ergebnissen führen soll und wenn es dann auch die politischen Überzeugungen oder eben auch durch die Regierungen auch das entsprechende politische Mandat gibt, welche Perspektive sehen Sie oder welche Möglichkeiten, wohin dieser Anstoß und dieser Prozess der Konferenz Europa führen kann? Also in Österreich ist das noch nicht so groß ein Thema. In Deutschland wird sehr stark diskutiert und vor allem eben auch alle drei KanzlerInnen-Kandidaten haben sich ja eigentlich klar dafür ausgesprochen, dass es schon zu gravierenderen Änderungen eben mehr Europa auch sichtbar vielleicht in einer Reform oder in einer Aufstellung von einem neuen Vertrag sein soll. Also ich würde den neuen Vertrag nicht ausschließen, aber das ist jetzt nicht das Ziel, weil auch die aktuellen Verträge geben, glaube ich, sehr, sehr viel her. Ich würde meinen, wir leben wirklich in sehr spannenden Zeiten, Zeiten des Umbruchs. Wir haben in Deutschland Wahlen, die auch europapolitische Auswirkungen haben, eine Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel geht zu Ende, 26. September. Wir haben nächstes Jahr nicht nur die französische EU-Ratspräsidentschaft, sondern wir haben auch Präsidentschaftswahlen. Das heißt, dieses deutsch-französische Tandem wird neu aufgestellt, ganz entscheidend für Europa, nicht ausreichend, weil es geht um die 27 Mitgliedstaaten, aber doch sehr entscheidend als Integrationsmotor. Zeiten des Umbruchs. Wir müssen diesen Green Deal mit den zwölf Gesetzesvorhaben, die den Green Deal mit Leben füllen sollen. Die Gesetzesvorhaben, die mitgetragen, politisch getragen werden müssen von den Mitgliedstaaten, müssen wir umsetzen. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Thema, eine riesen Kraftanstellung, wo jeder von uns seinen Beitrag leisten kann. Das wird ein entscheidender Punkt sein. Und das auch verstehen. Ein Bewusstsein dafür schaffen. Ja, dass es eine Transformation mit Chancen ist und nicht nur mit Einschränkungen. Und das ist natürlich auch etwas, was aus der Krise noch stärker entstanden ist. Weil wir ja aus der Krise, wir haben in dieser Krise, obwohl sie so gravierend war und so eine riesen Tragweite gehabt hat, haben wir im Vergleich zur Wirtschafts- und Finanzkrise doch einiges gelernt. Wir haben trotzdem schneller reagiert. Wir haben gemeinsam reagiert und wir haben einen Wiederaufbaufonds, der es Europa ermöglicht, gemeinsam stärker in diese Transformation, in diese strukturelle Veränderung zu investieren. In Klimapolitik und in Digitalisierung und in Soziales. Wir haben von europäischer Ebene Kurzarbeit finanziert in der Krise. Für Spanien, Italien ist dieser Wiederaufbaufonds vom wirtschaftspolitischen Effekt, vom wirtschaftspolitischen Hebel so groß, wie der ein EU-Beitritt. Also gigantisch. Und davon profitieren wir, Deutschland, Frankreich, Österreich als exportorientierte, kleine, offene Volkswirtschaft enorm. Also da kommen wirklich viele Veränderungen auf uns zu. Aber das ist eben auch ein Punkt, das natürlich auch zu erklären, dass nicht nur, wenn wir oft diese Nettozahler-Debatte haben, nicht nur das Geld, das zu uns zurückkommt, sondern eben in dem Fall hilft man Italien, unser Nachbarland, aber eben auch ein Markt, der auch für unsere Wirtschaft so wichtig und bedeutend ist, wo ja sehr viel an Rentabilität wieder zurückkommt. Also wir sind, Nettozahler ist eine Verkürzung, wir sind Nettogewinner im Prinzip. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, alles was Klimapolitik ist und Veränderung ist, ist die große Aufgabe. Alles was Krisenmanagement ist, Katastrophenmanagement, dass wir hier gemeinsam, jetzt gibt es gerade die Überschwemmungen und Unwetter in Deutschland, Niederlande, Luxemburg, da muss Europa helfen, da brauchen wir Einheiten, die gemeinsam helfen. Wir müssen uns, was die Sicherheitspolitik betrifft, ganz anders aufstellen. Auch das muss eine Konsequenz der Konferenz Zukunft Europas sein. Sicherheits- und außenpolitisch gegenüber China, gegenüber Russland, gemeinsam mit Amerika, aber selbstbewusster als Europa, nicht am Gängelband Amerikas, sondern auf Augenhöhe als gleichberechtigter Partner, auch bei handelspolitischen Fragen. Gerade der Klimaschutz ist ja nichts, was auf Europa beschränkt ist, sondern wir stehen ja in einem weltweiten Wettbewerb. Das heißt, wenn es um Fairness geht, wenn es um eine CO2-Grenzausgleichsabgabe geht, dann geht das nur, wenn wir eigentlich einen Klimaclub gründen, wo Europa mit den USA und vielleicht mit anderen hier gemeinsame Sachen macht. Und wir werden ja im Herbst den nächsten Klimagipfel haben in Glasgow, wo dieses weltweite Commitment ganz entscheidend sein wird. Vieles von dem wird auch noch geschärft und verstärkt als Prioritäten definiert werden in dieser Konferenz zur Zukunft Europas. Und das ist natürlich auch die Vorbildwirkung, also gerade bei den Klimamaßnahmen, auch wenn Europa jetzt quasi nur für 11 Prozent der globalen Klimabelastung zuständig ist, hat es doch aber einfach auch die Verbindung mit den anderen Playern. Das klingt natürlich jetzt alles sehr abstrakt und weit entfernt, ist es aber nicht, weil jeder von uns einen Beitrag leisten kann. Und wir hatten zum Beispiel eine Diskussion mit Jugendlichen, wo eine Schülerin gesagt hat, eigentlich brauchen wir in der Schule einfach Klimakunde. Warum nicht? Weil die Jugend allein mit Friday for Future auf der Straße eine extrem starke Ausstrahlung hat und die Familien mitnimmt. Dann ziehen die Eltern mit, dann ziehen die Großeltern mit. Solche konkreten Vorschläge könnten wir aus dieser Konferenz sehr gut herausziehen. Oder wesentlich mehr Geldtöpfe für die Finanzierung des Verkehrs, für die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Wir brauchen viel mehr Nachzüge, grenzüberschreitende Verbindungen, transeuropäische Netzwerke. Das sind ja Projekte, die Jahre dauern, aber die müssen wir endlich auf die Schiene bringen. Und da steckt zum Beispiel in diesem Green Deal so viel drinnen. Und der darf zum Beispiel nicht verwässert werden. Und wenn jetzt in der Konferenz hervorkommt, dass Klimapolitik die Priorität ist, dann wenn wir einen öffentlichen Druck aufbauen, dass sich genau um diese Punkte auch gekümmert wird. Und das Konsequenz auch ein klares Bekenntnis zeigt. Wenn es dieses Bewusstsein gibt, dieses Bekenntnis gibt, diesen Druck gibt, dann wird die Politik auch sagen, okay, das machen wir. Wir haben noch wenige Minuten ganz persönlich gefragt, wie ist Ihre persönliche Europaperspektive? Also nicht, wenn ich jetzt an den Paul Schmidt denke und nicht den Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Was sind Ihre persönlichen Wünsche auch für die Jugend und für Ihre Familie oder für Sie ganz persönlich? Also persönlich, was mir wichtig ist, ist, dass bei allen Konflikten miteinander gesprochen wird, dass man Verständnis füreinander hat, dass man einen Tellerrandblick entwickelt und sich einmal vielleicht in die Sichtweise des Anderen hineinversetzt, um die Probleme der Anderen zu verstehen, weil nur dann kann ich es lösen. Mir geht es bei Europa vor allem um Respekt, um Verständnis, um Solidarität. Nicht Solidarität als Einbahnstraße, sondern wo man sich gegenseitig hilft und wo beide Seiten dann davon profitieren. Mir geht es um einen verstärkten, um kulturelle, sprachliche Vielfalt. Europa ist nicht immer schnell. Europa sprintet nicht. Das hat man auch bei dieser Impfstoffbeschaffung gesehen. Aber beim Marathonlauf sind wir ziemlich gut. Also wir sind konstant. Wenn wir uns einmal in Bewegung setzen, dann wissen wir, wo es hingeht. Und wenn wir den Marathon dann noch in der Staffel laufen, wo alle zusammenlaufen, dann sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Und ich sehe das selber bei mir in der Familie. Meine bessere Hälfte ist die Spanierin. Meine Töchter sind Spanier. Und wir arbeiten jeden Tag daran, uns auch mit unseren Freunden und Familien einfach zu verständigen bei allen kulturellen Unterschieden. Es ist manchmal durchaus anstrengend, weil man doch anders ist. Aber es ist sehr bereichernd. Und das kann ich auf allen Ebenen machen. Beim Jugendaustausch, in der politischen Zusammenarbeit, bei grenzüberschreitenden Projekten, im Tourismusbereich, wenn ich auf Reisen gehe. Und das ist Europa. Paul Schmidt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für den Austausch und auch die Zukunftsdebatte so anschaulich zu machen, wie Sie es mit dem Rat und eben in der Begegnung mit den Menschen machen. Vielen Dank. Danke. Wir strampeln weiter. Und vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend. Ja, und Europa muss eben genauso wie ein Fahrrad in Bewegung sein, denn sonst fällt es um. Und die Einladung geht eben auch an Sie. sich bei dieser Zukunftsdebatte zu beteiligen, um einfach Europa weiterzudenken. Und das ist ein bisschen mehr, wenn es um die Zukunftsdebatte zu machen ist. Und das ist ein bisschen mehr, wenn es um die Zukunftsdebatte zu machen ist. Und das ist ein bisschen mehr, wenn es um die Zukunftsdebatte zu machen ist. Und das ist ein bisschen mehr, wenn es um die Zukunftsdebatte zu machen ist.